Ich bin zwar kein Ornithologe, aber diese weißen Flecken hier im Gefieder, die sind untypisch für die Art. Na dann schauen wir mal, was sich umgebracht hat. Gibt's was Neues wegen dem Jungen? Mikkel? Wie vom Erdboden verschwunden. Nee, nicht Mikkel. Der tote Junge. Achso. Nein, wir haben ihn mit der vermissten Datenbank abgeglichen. Keine Beschreibung passt. Mit dir alles in Ordnung? Ja. Nein. Diese Flecken auf dem Gefieder hab ich schon mal gesehen. Vor 33 Jahren. Als wär das alles schon mal passiert. Die Kinder. Die Vögel. Irgendwie gehört das alles zusammen. Ich weiß nur nicht wie. Nein. Weiß ich mich jetzt.